Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe meines Videotagerbuchs hier auf YouTube. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Diese Woche wird spannend. Morgen Abend ist das Konzert von Markus und Martinus in Düsseldorf und Donnerstag und Freitag bin ich auf der Frühjahrstagung der German User Group. Der German Unix User Group und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. So, warm eingepackt. Ticket dabei. Auf nach Düsseldorf. Nitterweise hat die Heile direkt einen eigenen S-Bahn-Anschluss in Düsseldorf-Oberböck. Und ja, jetzt gehe ich mal rüber. Ich bin total gespannt auf das Konzert. Ich habe die bisher nur im Video gesehen. Das machen sie eigentlich relativ gut seit zwei, drei Jahren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Live-Performance wird. Und dann habe ich so von den Stars von 2020 eigentlich dann bisher alle gesehen. Außer den aus Spanien. Aber da arbeite ich noch dran. Ziemlich gesittet. Viel ruhiger als ich das von anderen Konzerten erkenne. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass wir in Düsseldorf leben. Ziemlich gesittet. Viel ruhiger als ich das von anderen Konzerten erkenne. Ziemlich gesittet. Bitte sind vor Augen. Weren't you, oh maybe? Ich bin von von mir, oh maybe? Ich bin von mir, oh maybe? Ich bin von mir, oh maybe? Ich bin von mir. Und jetzt bin ich von mir, ich bin von mir. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich bin ein bisschen mit ihm, ich bin ein bisschen mit ihm Geiles Konzert. Hat unheimlich Spaß gemacht. Jetzt sitzt der neue Bahnhof und warte auf die S-Bahn nach Köln. Der Abend ist in Richtung. Ich könnte ja eigentlich noch ein Frittenwerk vorbeifahren. Ein kleines Nachtball nehmen. Ich wohne zwar hier in der Gegend, gar nicht weit weg, aber das Lokal ist mir völlig entgangen. Das ist einfach, weil man mir zeigt, dass man auch zu Hause ab und zu mal auf eine Deckungstour gehen sollte. Auf jeden Fall ganz vielen Dank an das mit für den Tipp. Die Fritten sind mega genial. Montreal-Style. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin drangeblieben seid. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug nach Düsseldorf gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Like und einen Subscribe. Allerdings zu meinen sozialen Medien findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich auch den Blog von Dustin verlinkt mit dem Hinweis zum Frittenwerk. An der Stelle bleibt mir nur noch übrig zu sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hab 이쪽 ab! Untertitelung des ZDF, 2020